Hallo und willkommen zurück bei meinem Let's Play C5 aus der Schweiz. Hallo und welcome back to my Let's Play C5 in Switzerland. Wir sind extrem gut dran. Spanien ist zwar auch nicht schlecht dran, aber alles in allem sind wir einfach geil. Ich habe ein paar Scientists stockpiled. Wir haben ähm... Wir haben brauchbare Armee. Wir wären also für weitere Kriegen immer noch bereit. Wir haben ein brauchbares Income. Wir haben genug Zufriedenheit. Wir machen doch keine schlechte Menge an Kultur. Könnte besser sein. Hätte ich gerne besser. Wir haben so viele Sozialpolitiken da noch zum Ausfüllen und auch da drin. Aber das kommt schon, das kommt schon. So, so. Oh, sie hat uns genounced. Stimmt, sie ist uns das letzte Mal noch kurz in den Rücken gefallen. Aber sie... Ja, ist jetzt sehr freundlich. Gibst du mir 7? Von mir aus? Ja. Okay. Ja, sie hat uns zwar genounced. Wieso? Verstehe ich aber irgendwie nicht. Weil wir hatten so eine lange Freundschaft. Hm. Check es nicht so ganz. Auf jeden Fall, auch unsere Religion ist super geil. Die ist die stärkste weltweit. Wir haben sie auf verschiedene weitere Spieler ausbreitet. Oh, jetzt genounced er uns auch. Okay, gut. Ja, die Welt findet uns scheisse. Weil wir halt Frankreich und Rom grössten Teils erobert haben. Ja. Ja. Ja, nun. Sie haben es nicht anders wollen. Okay, bei Frankreich und gebe zu, habe ich es provoziert. Aber Rom... Da ist es von Anfang an klar gewesen, sie sind auf uns losgegangen. So direkt auf unsere Hauptstadt. Also... Hallo? Und das... Keine Denunziierung. Fertig. Und dann so nahe an mich gehen siedeln. Gehts nicht da? Also da direkt neben seiner Hauptstadt. Und so nahe an meiner Hauptstadt. Nein, nein, nein. Das geht gar nicht. Das Land ist so schön und fruchtbar. Das habe ich gesagt, das wollte ich haben. Und zwar schon ziemlich früh. Aber ja... Er hat halt dann gesiedelt. Jetzt ist seine Stadt mir und heisst... Passend Lugano. Ah ja, genau. Ich war da am Railroad zu machen. Wenn wir gerade sogar von unten her machen. Ah nein, ich war da am Spices machen. Der hat da das letzte Mal noch die Religion bekehrt. Jetzt gibt es sie nicht mehr. Das ist sehr gut. Jetzt da hinten noch sie... Was? Und wir schicken dann einfach nach Athen. Um das zurückzubekommen. Ah ja. Also hätte ich gewusst, dass da drin so ein geiles Naturwunder ist. Hätte ich mir wahrscheinlich Troyes auch noch geholt. Einen See nebenan. Viele Schweizer Stadt hat einen kleinen See nebenan. Und ich hätte es Fribourg oder Freiburg können nennen. Oder Thun. Dann wäre es der Thunersee eigentlich kleiner als andere See. Ob ich da jetzt nochmal... Ah whatever. Whatever. Ähm ja. Nächste Stunde. Es gibt momentan gerade nicht so viel zu tun. Bald. Research Lab und Cristo Redentor. Freue ich mich schon darauf. Jetzt sind wir eigentlich in Bern am Bauen. Ja. Ist okay. Ist okay. Ah genau. Wir sind jetzt am World's Fair dran. Das sieht jetzt eigentlich aus. Wir haben 709. Okay. Und jetzt ist 28% gebaut. Ich habe jetzt das Gefühl, ich baue es alleine. 29. Ah nein. Jetzt geht es bei jeder Person in einer Runde nochmal ein bisschen hoch. Okay. 709. Jetzt sehen wir dann gerade wieviel wir da gebaut haben. Bin ich gespannt. Yay. City States. City States everywhere. Ah das Naturwunder natürlich. Das findet es jetzt ganz toll, dass ich eins gefunden habe. Ich hätte jetzt schauen wieviel es noch hat. So und jetzt haben wir da. 1094. 90. Das ist von 29 auf 40 auf. Also ich mache 11% jede Runde. Und sie ist. Ähm. 700. Das ist 380 gegen so etwas. Also über 300. Na sagen wir über 300 für jedenfalls. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe keine Railroads. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Ich habe keine Railroads. Okay. Mhm. Mhm. Ähm. Ähm. blockiert dann bewegst du dich halt dort an oder dahin ist ja gleich ist eigentlich nicht so wichtig, oder? was für Proposals sind eigentlich aktiv? Ich weiss es gar nicht mehr ähm unsere Religion, das ist gut Kultur von Weltunter, das ist gut und ähm Science Funding, das ist auch gut sie will Arts Funding und ich will Order ja gut, ich höre für Order Stimmung und gegen Arts Funding gegen Farts Funding, eh Arts Funding das haben wir dann schon für Ideologie Order und Autocracy okay gilt es dann bald wieder Stadtstaaten zu kaufen wie sehe ich eigentlich aus in Militär? ich bin fünft, okay jay was? ein Stufe muah fuu ich kann nicht mal einen Blick hineinwerfen, schicken wir gleich noch mal einen hinein oh ok, ja doch, den behalte ich, das ist ja eine starke Einheit aber ich glaube gar nicht so etwas oh cool, da haben wir schon Railroad und damit habe ich dann Stadt eingenommen, wenn ich keinen Ankämpfe rein ah wahrscheinlich mit der Cavalry oder einem Pikeman er hat aber zu einem Lancer, das ist nicht so cool der, da könnt ihr euch irgendwann mal upgraden aber du, ich brauche es nicht jetzt, kann ich immer noch machen ich habe ja da auch einen guten Hoshi zwar null Promotions, aber hey, also der Altclass da alles oh und Rom handelt mit mir, so cool und mit Belgrad ist es besser, etwas nach Lugano schicken oder Luzern aber die steht schon unbenannt, oder? ja, das ist Bellinzona und Locarno äh, ja, ich lüge dich jetzt schamlos an ich bin ja die Einzige, von der ich noch klopfen kann äh, Spanien vielleicht aber Spanien hat so kleine Städte Madrid, Hauptstadt, Bevölkerung 12 das ist ja nichts wenn ich eine Städte, okay, es ist eine Städte Spanien okay, okay, fine, why not jaja, das ist schon bald fertig und eigentlich fast nur vor mir gebaut aber umso früher habe ich es fertig gebaut umso weniger können andere daran produzieren das ist gut ja, ich will die Tradition ja noch fertig machen bei Ordnung noch ein bisschen weitergehen Sekularism wäre natürlich auch gut Sekularism wäre natürlich auch gut jetzt würde mir da sehr viel mehr Forschung geben das wäre wirklich gut, das sollte ich vielleicht als nächstes noch nehmen das ist cool, wir machen jetzt langsam Eisenbahnschienen von Bern bis Zürich das ist übrigens eine von der meistbefahrenen Strecken in der Schweiz ähm, von Zürich weiter auf Luzern das bin ich selber auch sehr oft gefahren ich habe einen Kollegen in Luzern und wohne selber im Raum Zürich ja, jetzt leider nicht mehr aber ja ähm, von Luzern auf Lugano das macht eigentlich auch Sinn und von Lugano auf Locarno ja das ist eigentlich noch sinnvolle Strecke, mehr oder weniger oder von Bern auf Lausanne macht auch Sinn und weiter auf Genf mit dem Schiff zum Beispiel das kann man, das ist alles machbar das einzige, was nicht so Sinn macht, ist von Bern auf Basel macht zwar Sinn, aber dass von Zürich den Weg auf Basel eigentlich über Bern führt, ist ein bisschen unsinnig aber ja wir hatten früher Railroads wir hatten sicher ein sehr gutes Schienennetzwerk besser als viele andere wir hatten da auch noch die zweite, eigentlich unnötige Wege die aber gleich so ein bisschen verkürzigen gibt und bessere Verbindungen was in der Realität wäre das sehr sinnvoll und ja ich finde das cool, wenn ich da in der Schweiz viel Railroads bauen kann ähm ja, ich verwende immer wieder die englischen Begriffe einfach weil ich spiele Ziv schon relativ lange auf Englisch ja eigentlich alle Mächtigen haben es zu Silber geschafft aber es können jetzt wirklich Krieg geschafft gut cool cool oh ja cool, jetzt haben wir insane Amounts of Culture und der Free Policy, das ist gut ich könnte eigentlich wirklich mal das machen, ich mache das jetzt mal fertig oh, so viel zufriedenheit, das ist cool und in zwei Runden haben wir es dann gleich fertig und dann kommt Säkularism ähm, haben wir von allen Städten Nahrung nach Bern Basel Basel, Lausanne, Lugano, Luzern, Zürich ich weiss ja nicht, ob es von Locarno aus er könnte machen ich schaue schnell Bern Bern, okay ja, von Locarno aus kann ich auch von Belinzone aus könnte ich sogar auch so ist Luzern, ah, das ist alles zweimal drin natürlich okay okay okay, von Belinzone aus ging es auch nur von Genf und St. Gallen aus natürlich nicht ah ja, St. Gallen ist natürlich völlig falsch am Platz das stimmt schon das müsste eigentlich eher so ein bisschen da oben sein aber das ist halt schon Russland okay, ja um du baust eine Karavane und die schicke ich nachher nach nach Locarno das Opernhaus von Luzern ist sicher schön mhm jo Garten ähm ja, das ist gut ich schaffe auch noch an dem den Elefanten will ich gerne noch viele Sachen da steht ein Fluss aber es ist nur ein kurzer Fluss, okay ja, und dann gehst du auf Sciencefocus kannst du diese Sachen da nimmst ähm ja, sieht gut aus ich sehe jetzt was mit den Stadtstädten angehört schon fast gehört ja schon alle bis auf Budapest und mir das ist gut Budapest ist eh so nahe ich bin da kann sie von mir aus sogar kaufen das ist mir gleich ja eigentlich 1000, so geil Oh je, jetzt gibt es einen Research Labs überall, das ist gut Ja und packen wir hier eins rein Aber dann würde ich lieber da hoch Weil, ja, das Hospital ist sicher eigentlich kein schlechtes Gebäude und ich habe genug Zufriedenheit Aber meine Städte wachsen auch so Und der Rest braucht Additional Trade Route ist schon lässig, aber es ist nicht so relevant Und das Zeug hier brauche ich eigentlich nicht Nein Sea Trade Route ist unrelevant Ja, wobei ich könnte es gleich, also beides zusammen So lange braucht es jetzt auch wieder nicht Ich gehe gleich dorthin Weil selbst wenn ich das Uran habe, kann ich ja noch nichts damit anfangen Ich muss zuerst da vorne gehen, dass ich Atombomben oder Atomkraftwerke bauen kann Ähm, Atomkraftwerke, in welchen Städten müsste ich das bauen? Ich weiss nur, wie ist das? Ähm, Grenchen? Kann das sein? Oder wie heisst das Das eint der alten Atomkraftwerke, das immer wieder in den Medien war Das ist irgendwo so in dem Dreieck zwischen Basel, Bern und Zürich Ich habe manchmal mit dem Zug vorbei gefahren Aber ich weiss nicht, wie es dort heisst Nicht mit Sicherheit Nicht mit Sicherheit Also von da hat die Schweiz hat ein paar Atomkraftwerke Aber mit grosser Wahrscheinlich keine Atombombe Aber mit grosser Wahrscheinlich keine Atombombe Ja, also ich bin nicht so ein Atomfan Ich meine, ich kann Argumente dafür absolut verstehen Aber irgendwie leuchten mir die Argumente gegen mich ein Die habe ich auch neu gebaut Nach... Nach... Nach Locarno Die nächste geht dann nach Bellinzona Und wir machen hier gerade einen weiter Zumindest mit den drei machen wir hier einen weiter Der kann hier runter gehen Dass wir sie schneller nach Lausanne und Basel haben Dass wir sie schneller nach Lausanne und Basel haben Research Lab Ja, das ist ja sonst nichts zu bauen Dann ist in Ordnung Die da Und da auch Und eine Policy Oh, und es hat mir viel Geld gegeben Weil ich für all die Einheiten In den Gebäuden Maintenance gezahlt habe Ui, hat mir das jetzt Geld gegeben Natürlich hat mir ähm... Auch das da sehr viel Geld gegeben Wow, das hat sich gelohnt Ähm, ja genau Da haben wir Sachen... Was haben wir sonst noch da? Oh, da haben wir noch viel zu bauen Der wäre gut Ähm... Nächste grosse Persönlichkeit Re-Merchant Motile Neid Scientist In elf Runden Luzern Okay Okay Ich quatsch Die Gilde noch schnell vor der Arena Nächste Und nachher gibt es einen Scientist In elf Runden Ähm... Ich kaufe aber das Research Lab Ah ja stimmt, ich kann also billig kaufen Das ist ja geil Das habe ich fast vergessen Oh, so cool Dann lohnt sich eigentlich die Bank extrem da Ich meine, sie gibt mir so viel Geld Die hat sich so schnell wieder ausgezahlt Oh ja, ich muss natürlich da eins reinschmeissen Ähm... Luzern hat es geheissen Ist der nächste Great Scientist Schon bald, okay Ja gut, da kann ich jetzt nicht Mehr Geld reinschmeissen für Das nächste Aber bald Oh, Polen und Spanien mögen sich nicht Das ist gut, das ist nur zu meinem Vorteil Was macht der Spanische Prophet da? Geh weg Und bekehre ja keine Städte Hat meine Übermacht da oben auch gehalten? Ja, das tue ich auch Ich meine, Hamburg ist mehr unter... Wo es eine heilige Stadt ist, ist mehr unter meiner Kontrolle als unter irgendwem sonst Glaubst du, dass das Zeug da drin ist, ist nur mir Ja, also... Meine Religionen werden jetzt nicht mehr los Die ist zu mächtig Wow... Okay, ich habe genug Antiquity Sites Also wenn ich mal auf Kultur spielen will Ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Ähm... Mach mal da oben der Räder Ähm... Ja... Food nach Bern Geronimo. So cool. Ich muss gar nicht auffallen, dass es der Geronimo ist. Ich habe zwar keine Ahnung von Geronimo. Ich kenne einfach den Spruch mit Geronimo und dann ihn angreifen. Da ist eine Railroad drauf. I don't see a Railroad. Ah, jetzt kommt sie. Wenn ich sie da... Oh cool. Und ich bald in der Runde habe ich dann da auch mehr Produktion. So geil. Und da geht es jetzt dann bald auch los. Wir nicht größer als Bären. Das passt mir so nötig. So. Jetzt kommt zurück zu meiner Religion. Es tut mir leid, dass er die andere Religion erduldet hat. Jetzt sind wir relativ schnell gebaut. Gut. Ja, mit Produktion. Ja, läuft gut. Läuft gut. Punktemässig ist es zwar noch relativ knapp, aber wir sind da gut dran. Ja. Ähm... Nach Polen. Ja, wo er ist noch als ein Spion? Kann ich immer noch zum Scout machen. Äh, zum Diplomate machen. Mhm. Mhm. Freedom. Ja gut, das ist irgendwie auch als nächstes. Sie gab voll auf Kultur. Und sie will natürlich auch die zwei gratis, ähm, Tenants bekommen. Ähm, der, der als erstes eine Ideologie nimmt, also da eine als erstes nimmt, darf zwei so gratis, ähm, Punkte gerade rein investieren. Ähm, das gilt aber nur pro Ideologie. Also der, der, der zuerst Freedom nimmt, darf zwei Idee dritte. Der, der zuerst Order nimmt, darf zwei Idee dritte. Und so weiter, wenn du als zweites, so etwas nimmst. Wenn ich jetzt als zweites Order nehme, obwohl er schon ein Order hat, dann kann ich nur noch eins rein tun und alle anderen können dann keines mehr rein tun. Wow, ich habe nichts mehr zu tun. Geh erst mal nach Bogota, ein bisschen schneller da bekehren. Passt. Passt schon. Rero, du bist auch fertig. Gut. Dann sind nachher nur noch die zwei. Weisst du, was dir kauf ist noch mal? Kannst du auf das Geldgebäude gehen? Ja, nächst schon, ich kauf ist dir. Okay, ich bin auch in einer Golden Age, darum habe ich auch so viel Geld. Ah, so viel Kultur mache ich dir so gut. So gut. Dann kommen, habe ich die Broadcast Towers eigentlich schon? Oder wann kommen die? Ich weiss gar nicht. Ja, die habe ich schon, die kommen bei Radio. Aber ich konnte natürlich noch nicht, weil ich die Museen noch nicht hatten. Hm. Ja, logisch. Satelliten wäre natürlich cool, aber auch da oben der Bereich würde ja auch, dass ich die Globalisierung habe. Yay, Biologie. So cool. Jupp, Nahrung nach Bern. Nein, 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 gib mir Genf. Ja, nein. Lausanne. Die kauf ich sie nachher auch. Und, Markt. Die Marken sind gut. Ja, wenn er mich denunziert hat, werde ich da nicht viel mehr bekommen. Ah, ok. Ich habe nichts mehr geguckt, ich bin niemand mehr. Ok, das ist mein einziges Öl. Ich meine, wait a moment. Ich bin erst in Land. Ich habe das grösste Land weltweit, mit Abstand. Okay, Spanien hat auch das grösste Land und Polen, aber trotzdem. Und ich habe da ein bisschen Öl. Das ist alles. Okay, in der Wüste hat es noch viel Öl, aber ich meine, in dieser Wüste, du hast das Aluminium nicht gesehen, du hast das nicht gesehen, du hast es nur gesehen. Stein und Stein, und das ist alles. Kein Mensch will da drin siedeln. Wäre ja blöd. Okay. Verlückt langsam seine Stadt an Aromen. Oh, da hat es viel Öl, auch wieder in der Wüste. Wobei es ist nicht so derbwüste, es hat eigentlich noch gute Ressourcen ringsherum. Ja, das hat eigentlich gute Ressourcen ringsherum. Ja, das Öl ist ein bisschen fraglich platziert auf dieser Welt. Oben hat es noch ein bisschen, statt der Stadt. Oh, okay. Ähm. Ähm. Cool. Go somewhere here. Good. Sehr schön. Ähm. Ja, sollten wir dann irgendwann noch eine Trade Route machen, nochmal eine Trade Caravan. Ein paar Dinge, die fertig bei mir bauen. Ein paar Dinge, die fertig bei mir bauen. Dann nehme ich ein Forschungslabor kaufen. Ja. 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 Komm in der Hauptstadt! Du bist auch fertig oder? Jawoll! Ähm... Ja, ich habe natürlich das wieder vergessen. Wann sind sie jetzt drin? Und hey, jetzt gibt es mir da Forschung. Jetzt muss ich auch nicht an diesen arbeiten, jetzt arbeite ich eigentlich lieber an so einen. Ja. Wobei, ich habe da ein Ding, Wassermüllung, und ich arbeite an dem. Das lohnt sich. Nein, wie heisst es? Das, was Aluminium braucht, wo man für das Flussteil ähm... Produktion mehr gibt. Das ist natürlich gut. Da muss ich schon das nehmen. Aber nachher gehe ich da auf Factory Tires. Das ist halt das Geile nach Freedom, dass du kannst machen, dass deine Specialists weniger Food kosten. Das ist wirklich geil. Darum, wenn du vorhörst einfach wenig, aber dafür sehr grosse Städte zu bauen, lohnt sich Freedom einfach am meisten. Wenn davor hast du die ganze Zeit durch den Krieg führen, dann holst du Autokratie. Und wenn du vorhörst ganz viel Städte zu bauen, dann lohnt sich Order. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Argumente, wo je nachdem für das eine oder das andere kannst du sprechen. Aber so im Groben ist sie nicht so, wie ich gesagt habe. Und was halt auch noch für Freedom spricht. Ich finde Freiheitsstatue mit Abstand das beste Wunder. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Dann habe ich mir so vergleicht. Plus eine Produktion für jeden Specialist. Das ist so geil, vor allem für die Hauptstadt. Aber generell, sonst gibt es in jeder Stadt einfach mehr Produktion. Das ist so geil. Prora finde ich auch gut, weil plus zwei Happiness, einfach so, und plus eins weiter Happiness für alle zwei Policies, die ich habe. Rechnen wir schnell aus. Das wäre... Ich weiss nicht, Opener zählt wahrscheinlich auch. Dann wären es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, wenn die... also mindestens zehn Happiness, wenn die Tenants erzählen, das Zeugs erzählt, wären sogar elf und zwölf. Also zehn bis zwölf Happiness würde ich von der Prora bekommen. Das ist natürlich auch recht geil. Ingegen das was, es ist einfach plus 50% Produktion im Building Einheiten, Armour Units. Okay, das ist natürlich praktisch. Und noch weiterhin willst du Krieg führen, auch im späteren Spielverlauf. Aber ganz ehrlich, wenn du im späteren Spielverlauf willst du Krieg führen, dann gehst du auf das. Sofern du eine Coastal City hast. Weil du wirst Autokratie nehmen wollen und du wirst Zufriedenheit brauchen, weil du viele Städterober bist. Finde ich den Kreml recht nutzlos. Los. Locarno. Oh, du hast noch viel zu bauen. Dann kaufe ich dir. Was könnte ich dir kaufen? Das ist gut. 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 Oh wow. Das ist nicht gut. Fangen lieber auf die. Die sind doch gut. Das ist auch gut. Jupp. Das ist gut. Das sind doch gute Städte, die ich da habe. Ich könnte jetzt zwei Teile noch ein paar Arbeiter her schicken. Auch um das Aluminium abzuholen. Oh, aber ich habe genug Aluminium. Und sie ist nicht in Baureichweite. Meine Arbeiter haben da oben genug zu tun. Ganz ehrlich. Ich bin jetzt in Syrien. Ich möchte das so schön finden. Wissenschaftlern. Ich müsste das hier mal noch einslotten. Vielleicht noch ein paar Ingenieurslots. Für mehr Produktion. Und vielleicht noch ein paar Ingenieurslots. Wobei es hat noch nicht angefangen an Derp-Tiles arbeiten. Ja ein bisschen. Aber... Ja, kommt hier eine und dann noch hier oben zwei, irgendwie sowas. Das kommt gut, das kommt gut. Jetzt sind Luzernos. Sehr gut. Lugano. Ah ja, Russland, so so. Stunig aber. Hm. Ja, noch hast du kein freies Feld. Oh, du wachst aber auch nicht. Uh. Luzernos eh noch im Wachstum. Basel schafft auch Derb-Teils. Gut. Müssen wir gleich verhindern. Das ist natürlich ein gutes Teil, aber das hier ist das Derb-Teil. Genf. Ja, das ist in Ordnung. St. Gallen. Ich glaube, er muss jetzt zuerst mal noch wachsen. So, in Zürich. Gut. Zimpernus. Noch mal eins bekommen. Gut. Dann nehmen wir hier unten rein. Ich bin überall nur zu weit. Spani mit seinem grossen Reich. Aber das sind Goldzweifel. So viel Geld mache ich jetzt auch wieder nicht. Und dann hast du mal Portugal gespielt. Dort habe ich viel Geld gemacht. Ui, mit Sea-Trade-Routes. Unglaublich. Da kann man so stinkerreich werden. Wenn man es zu anderen Hauptstädten und so schickt und erweiterte Trade-Routes hat und mehr Geld davon bekommt und so weiter. Und alles gute Geldzüge in einer Stadt baut. Wow. Das kann so viel Geld geben. Das kann sich so hochkumulieren. Das ist irgendwie plus 500 pro Runde. Ohne Golden Age. Das ist so abartig, was ich da schon angebracht habe. 1450 Science ist eigentlich auch schon recht abartig. Aber da wird noch steigen. Da wird noch steigen. Ich meine, so viele Research Labs sind jetzt da noch in Produktion. Oh, da ist schon ein Railroad. Cool. Können wir da unten noch zu tun? Nicht wirklich. Ja gut, in Genf theoretisch. Das ist ja ein Fluss. Da können wir dort ein bisschen was machen. Dann schicken wir ihn nach Genf. Äh, Flussen. See meine ich natürlich. Jo. Ein polnischer Spion geschlissen. Schön ist, wenn sie nichts klauen können. Können sie einen verrecken. Hat auch seine Vorteile. Die Polen baut Fabriken. Das heisst, sie müssen jetzt bald auch Sozialpolitik übernehmen. Schauen wir mal. Ja, sie haben noch keine. Oh wow, Spanien hat riesige Probleme. Da werde ich irgendwann eine spanische Stadt bekommen. Also, wenn ich die solle benennen, dass es passt. Hm, das spiele ich einfach ein bisschen leise. Merke ich gerade. Ich habe vorhin noch ein YouTube-Video laufen lassen. Und das war mega laut. Oh nein. Mi 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 mi. Das Geräusch gefällt mir nicht. Das Geräusch gefällt mir nicht. Ich habe es als Bekehrungsgeräusch gehört. Bekehrungsgeräusch habe ich nicht gerne. Bäh, die Ene ist schon wieder zurückbekehrt. Sie sind auch bemüht für das. Das ist... Okay, der ist weit promotet. Der wirf ich nicht weg. Ja, komm, dann behalten wir die Cavalry. Sie kann ja nützlich sein. I am a Cavalry. I am useful. I am helping. Ja, gut, komm, die Städte dürfen auch mal wachsen. Yay, Scientist. Oh, so cool. Das heisst, ähm... Lass dich mal rausschicken. Dass ich da kann einen Engineer kaufen. Dann schiebe ich das schnell hoch. Oh nein, warte, ich schiebe es wieder runter. Nächste Runde kann ich ja erst. Jetzt gehöre ich auch wieder meine Arbeiterschaften und meine Schäflchenblöcke. Ich würde gerne mal ein Multiplayer-Ziv-Recorder. Das Problem ist, ähm... Ich habe nicht genug Platz auf meiner Harddisk für das ganze Multiplayer. Ich meine, wenn ich verliere, ja, okay, dann habe ich genug Platz. Aber es kann ja sein, dass ich nicht verliere. Und es wäre ein Scheisse, wenn ich irgendwie die letzten zwei Stunden nicht recorden könnte. Ja, das wäre richtig blöd. Ich habe eigentlich noch alle Stadtstädte. Jupp. Genau. Jetzt pushen wir den schnell. Noch drei Runden. Ja, das ist gut. Dann machen wir noch fertig. Ein Cargo-Chip. Ähm, nein. Und ich kaufe dir. Das Research Lab. Oh, und du fängst auch an, DERP-Tiles zu schaffen. Nein, 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 nein. Also die Schafe sind sicher keine DERP-Tile, da kann man nachher gute Nutzen draus ziehen, aber der Rest muss nicht unbedingt sein. Dann schicke ich nachher die Caravane nach Belinzona. Nein, warte, da könnte ich eigentlich eine bauen. Was bin ich da noch? Hydro-Plant. Ja, du willst mal eine Caravane hinein. Und ein Monument. So. Oh ja, du kannst da noch einiges besser machen. Ja, du schaffst gleich noch zwei DERP-Tiles. Dann machen wir das so. Science-Focus. Wir lengagen nämlich da zuerst auf die und dann auf Produktionssachen. Und erst am Schluss auf Geld. Das ist gut. So, so. Ja, du hast ja wahrscheinlich recht, dass denen nicht zu vertrauen ist, aber für dich gilt es gleich. Du hast mich genauso backstapt. Das ist immer lustig, wenn die AI findet... Oh nein, das sind Backstabber. Die sind voll Arschlächer. Fünf Stunden später backstabben sie selber. Was haben wir da? Die Catherine haben wir geteilt. Schauen wir mal, ob wir das wieder bauen können. French-Spy, okay. Oh, jetzt macht sie ein neues. Jetzt ist sie nicht mehr zu weh mit mir. Aber verkaufen kann er das eigentlich trotzdem. Mach das so. Ja, gut. Eissen kannst du auch. Na gut, das ganze so nichts gibt es immer auch wieder nicht. Also es ist gar... Es ist eigentlich ganz okay, was es immer gibt. Upp. Schau, meine Städte noch ein bisschen wachsen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Oh, nice. Lots of cool and expensive units. Alli only promotions. So, komm mal da rauf und nachher rüber und dann weiter und bla. So, so. Ein spanischer grosser Prophet, wo jetzt da wieder Boko Sachen bekehren. Umbekehr, Bokota. Mach ruhig, ich bekehre es gleich zurück. I don't care. Ist mir gleich. Ja, ja. Ich könnte nichts machen. Hör auf, meine Stadt steht da zu plagen. Ja, jetzt ist es bekehrt. Es wird nachher gerade zurückbekehrt. Schade, dass ihr Prophet... Pfff. Boah, zwei Propheten. Sie bescheisst mal wieder. Wie kann sie so viele Propheten haben? Ich glaube, produziert sie. Sie kann doch gar nicht so viel machen. Ei, immer am bescheissen. Wenn es jetzt schon so viele Propheten dort unten in Athen um Zeugs und Sachen braucht und hat immer noch welche. Können sie das eigentlich auch fertig machen? Können sie das eigentlich auch fertig machen? Dann gehen wir lieber da mal ein bisschen weiter. Oh ja, das gibt viel Happiness. Ein Musician. Cool. Okay. Wäre so viel an Nöd. Und noch ein Artillerie dazu. Wie viel kostet es? Eh, genau zu viel. Ja, dann kaufen wir auch das Hospital. Das ist auch gut. Du schaffst wieder an einem Derp-Teil. Das finde ich weniger gut. Dann kann ich auch wieder ein Slot reinschmeissen. Oh wow, ich habe Atomic Theory ja schon bald. Wow. Kann ich nachher wieder neue Befehle geben und schauen, wo es Uran ist. Je nachdem gehe ich dann zu Nuclear Fission oder direkt auf Telecommunications. Dann vielleicht Satellites. Mal schauen, mal schauen. Ich glaube, es wäre eben schon gut. Ein bisschen mehr Verurschung und dann jahri. Ich habe Oxford noch nicht gebaut, also ich habe problemlos... Ich kann eigentlich problemlos meine grossen Wissenschaftler opfern und um da rauf zu kommen bis zur Telecommunication und dann Oxford bauen, dass ich gerade Globalization kann nehmen. Das kann ich eigentlich versuchen. Das ist gut, das ist gut. Jetzt lohnt sich die Mine doch wieder mehr. Weil es übelst viel Produktion geht. Ja, dann haue ich das da wieder raus. Meine zwei Forschung ist nice, aber gegen fünf Produktion kann ich nichts sagen. Und vor allem, es gelten ja... Es gelten ja auch... So Sachen... Mh... Das ist jetzt übelst viel Produktion. Das lohnt sich. Ich frage ich... Gib mir so eine... 11.000. Wie viel kostet das Zeugs da oben? Das kostet 8000 und das kostet 10.000 und das kostet 12.000 Also ich müsste schon 3 verbrennen, dass ich die 3 dafür bekomme Aber ich habe eigentlich 3, also von da her Aber jede Runde, die ich warte, bekomme ich noch mehr Forschung über, weil meine Research Labs jetzt alle fertiggestellt werden Und dafür wird meine Science hochboosten, wie blöd Leonard Euler, das könnte gerade ein Schweizer sein, aber ich kenne ihn nicht Es gibt so viele Personen, die ich nicht kenne, Merit Ptah, sagt mir auch nichts Rosalind Franklin, sagt mir auch nichts Ich glaube ich alle nicht Haben wir noch irgendeinen grossen General, den ich anschauen könnte Ich glaube ich habe alle gebraucht, mittlerweile nur Geronimo ist noch da Und da habe ich einen gebraucht, Frankreich habe ich einen gebraucht Und irgendwo habe ich auch mal einen im Krieg verloren Das wären dann etwa die 3, die ich hatte Klopp, von Gota bleibt bei mir Meine Nahrung nach Bern, so cool Ah ok, ja gut, das ist mir noch relativ gleich Wie viel kostet das? 420, in der nächste Runde habe ich das in Lugano Lugano wäre schon noch cool, wenn das wachsen will Es wächst nämlich voll nicht Lugano wäre noch besser Lugano wäre noch besser, hat halt hier eine Mine und da hinten auch eine Oh wow, und ich muss jetzt diese auch wegnehmen, weil das hat jetzt viel bessere Teile Mit viel Produktion Lugano wäre noch ein kleines Flachstum Nachher kommen dann die 2 noch dran Wow, Lugano ist so gut Es gibt einem ein Filmfestival, das war einmal in Lugano Ich weiss nicht ob es regelmässig dort ist, aber einmal war ich Ich glaube es ist regelmässig aber ich bin mir nicht sicher Es war wirklich interessant, ich habe coole Sachen gesehen Ich bin hauptsächlich gegangen, weil wir mal einen grösseren Anime-Block hatten und Stuff. Ja und... Und das Datum sehr gut gepasst hat. Und ich noch das Generalabob in die Schweiz ging. Dann bin ich mit der Freundin heingegangen. Die haben uns einen schönen Tag gemacht, bei wunderbarem Wetter. Ja, das war schön. Ich will in Lugano ein Spital kaufen. Gut. Und schon sind es 13 herunter. Das ist doch gut. Okay, ich will, dass das durchkommt. Wobei, ich weiss nicht, sie töten eben so gerne auf Arts-Funding. Das will ich voll nicht. Ich versuche es mal so. Ich bin gespannt, wie es rauskommt. Weil ich weiss, die AI stimmt sehr gerne gegen das. Vor allem, wenn es nicht zu eigen ist. Andererseits weiss ich, die AI liebt das. Und das kommt eigentlich immer durch. Oder sehr oft durch. Was sehr nervig ist, weil ich will. Ich will es halt nicht immer. Ich kann noch nicht mal das National Epic in der Hauptstadt. Das ist natürlich nicht gut. Okay, was machen wir nachher? Ja, also ich will sagen, das National Epic kommt nachher. Und dann das Oxford. Ähm. Ja, und dann schaue ich, dass ich das Oxford an meine Scientists ploppe. Dass ich da ein gutes Timing habe. Und dann. Und dann. Jumi fährt die Runde noch ab. Und das neue Schwanstein. Dann beende ich da meine Runde. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich beende sie gerade jetzt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch viel Spass beim nächsten Part. I wish you had lots of fun. And I hope you had lots of fun. And I wish you even more fun on the next episode. See you next time.